Durch die Nacht scheint er wirkt, was gar nicht wir marschiert. Es wird so froh, mir mein Segen, es geht auf Weihnachten hin. Es wird so froh, mir mein Segen, es geht auf Weihnachten hin. Und der Stein, Gott, sieh aus, macht so hell, war jetzt aus. Wird euch so friedlich, raus und drin, es geht auf Weihnachten hin. Wird euch so friedlich, raus und drin, es geht auf Weihnachten hin. Meine lieben Marlpels Kirchner, viele von uns verbinden Advent mit gemütlichen Stunden bei Kerzenschein. Licht von einer Kerze, das uns Freude macht, so wie in dem Lied, mit dem uns der Chor Walpels Kirchner auf Weihnachten einstimmen will. Was haben wir die letzten Jahre uns nicht eine besinnliche Vorweihnachtszeit gewünscht? Heuer kommen wir ganz unverhofft zu unserer starben Adventszeit, wenn auch unfreiwillig und unter anderem Vorzeichen. Und für einige von uns mit großen finanziellen Einbußen verbunden. Machen wir das Beste daraus, lassen wir uns die Freude an Weihnachten nicht nehmen. Ich wünsche euch und euren Familien frohe, besinnliche und sicherlich einzigartige Weihnachten. Für das neue Jahr wünsche ich euch Gesundheit und Wohlergehen und dass im Alltag wieder ein Stück mehr Normalität einkehrt. Euer Bürgermeister Franz Hörmann Warmer Schein, der der Graz wirft und trägt auch dein Glanz, ich spür's im Herzen, die ihr vdrehen, es geht auf Weihnachten hin. Ich spür's im Herzen, die ihr vdrehen, es geht auf Weihnachten hin. Ich spür's im Herzen, sondern hör mir, wie uns in der Sache sind. Vielen Dank.